Ich bin seit kurzem erst bei Theben und ich habe mich für Theben entschieden, weil das Unternehmen Tradition und Moderne verbindet. Das Unternehmen ist über 100 Jahre alt, ist Inhaberfamilien geführt, steht also für Konstanz und Tradition und verbindet das aber gleichzeitig mit ganz modernen und auch gesellschaftlich unheimlich wichtigen Themen, wie der uns bevorsteht, Energiewende, um den Klimawandel zu bekämpfen. Also ich bin schon fast immer im Vertrieb zu Hause, habe meine ersten Schritte im Business Development auf Neudeutsch gemacht, also Geschäftsentwicklung, war da sehr viel im Ausland und war in verschiedenen Branchen tätig im Sanitärbereich, über 13 Jahre in der Elektrobranche und da war ich jetzt im Beleuchtungsbereich tätig. Meine ersten Wochen liefen super, ich bin sehr, sehr herzlich aufgenommen worden, sehr freundliche Menschen, die immer ein offenes Ohr für einen haben, die halt immer bereitstehen und zur Hand gehen. Ja, einfach tolle Firmenkultur, man fühlt sich sehr aufgehoben und ich merke auch jetzt schon, dass es der richtige Schritt war. Von der ersten Leute im Building bei Theben erwarte ich, dass ich den Markt noch besser kennenlerne, in dem Segment bin ich neu, die Kollegen, die mich umgeben, besser kennenlerne und natürlich auch die Produkte im tieferen Sinn zu sehen, in der Anwendung zu sehen und natürlich auch, hoffe ich, begeisterte und leuchtende Augen unserer Kundeninteressenten sehen zu können.